Ich habe immer wieder das Gefühl, es sind einfach diese Kleinigkeiten, die dieses Leben so lebenswert machen. Und ja, zwischenmenschliche Begegnungen sind zum Teil echt cool. Vor allem, wenn man Gratis-Fisch bekommt. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Es sind diese Momente, in denen man einfach denkt, boah, ich bin hier einfach am perfekten Ort. Und meistens habe ich diesen Gedanken, wenn ich nach dem Einkaufen den Berg runterfahre. Meistens gegen den Abendhimmel schauend am Strand auf meinen Kreisverkehr mit dem Bötchen drauf. Und dann denke ich einfach, boah, du könntest für immer hier bleiben. Dann bin ich so voller Ruhe und voller Zufriedenheit. Und dieser Moment ist einfach vollkommen magisch. Und ja, heute war eh nochmal das Einkaufen ein Highlight. Deluxe. Also ich meine, ich mag es ja eh super gerne, supermarktmäßig einkaufen zu gehen, um zu gucken, okay, was gönne ich mir als nächstes oder was gönne ich meinem Körper als nächste Energiezufuhr mit verschiedenen Obst, Gemüse, was es nicht alles gibt, Fisch. Und ja, heute waren einfach zwei Highlights schon wieder da. Ich habe einerseits mir gedacht, okay, ich gönne mir nochmal einen Lachs und habe dann halt an der Fischtheke bei meinem Fischhändler mir eine Scheibe Lachs bekommen. Und dadurch, dass halt Samstag Nachmittag ist, beziehungsweise ja fast schon 8 Uhr, also ich war so gegen 7,5, 8 da, ist es einfach so, dass es halt morgen geschlossen ist und dann kann kein Fisch mehr verkauft werden. Und der nette Dude hat mir einfach dann gesagt, okay, komm, als Geschenk, du kriegst die anderen zweiten Lachsscheiben einfach noch dazu. Das ist so komisch, Lachs zu sagen. Ich bin einfach so daran gewöhnt, Salmon zu sagen. Ganz verrückt. Aber auf jeden Fall habe ich dann einfach, ja, drei so Lachsstücke jetzt anstelle von einem für denselben Preis. Also ich glaube 4 Euro oder so. Also es ist halt einfach krass. Es ist halt richtig krass. Und das hat mich halt schon mal irgendwie so, ja, perfekt. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das passt. Das ist gerade so eine Bestätigung. Weil ich war auch zu Hause erst und habe dann gedacht, okay, warum willst du jetzt einkaufen gehen? Was brauchst du? Okay, ich möchte mir nochmal Fisch gönnen. Und dann stand ich da vor und habe überlegt, welchen nehme ich denn? Weil es halt immer wieder unterschiedliche Sachen gibt. Es gibt nicht immer das Gleiche. Es gibt immer nur die Sachen halt, die sie halt gerade da haben. Und sie hatten halt noch drei Scheiben vom Lachs. Weil am Ende werden die, glaube ich, einfach nur noch aufgeschnitten. Irgendwann ganz am Anfang wollten sie mir mal einen Lachskopf anbieten. Und ich so, nee, sorry, aber den Kopf möchte ich nicht. Aber naja, egal, anderes Thema. Dann habe ich an der Kasse gezahlt, wieder mit meinen Münzen. Der Kassierer meinte auch schon, hast du wieder ein paar Münzen für mich? Ich so, yo. Und dann habe ich halt wieder meine, was weiß ich, 20 Euro mit den Münzen gezahlt, ein bisschen drüber. Und habe einfach so viel eingekauft. Und es ist einfach so geil. Ich kann da einfach immer nur von schwärmen. Diese frischen Sachen hier, ich meine, auch wenn es aus dem Supermarkt kommt, aber die Sachen kommen halt aus Spanien. Und ich liebe das einfach so. Und jetzt sind die Avocados einfach nochmal on sale. Das heißt, vier Avocados. Okay, sie sind nicht so groß wie in Deutschland vielleicht. Aber es sind vier drinnen für 1,30. Also das ist halt einfach so wirklich Paradies für jeden, der sich gesund ernähren möchte. Und ja, verrückt. Als ich dann draußen war und schon nach Hause wollte, kam ein Vermieter an. Und wir haben einfach wieder total nett miteinander geschnackt. Und das war einfach richtig, richtig schön. Er guckt heute das Fußballspiel mit seinem Neffen, der ja auch viermal in der Woche spielt. Und die sind beide voll die Fans, holen sich Sachen von McDonalds und so. Hat schon voll geschwärmt. Und das ist so ein süßer Opi. Der einfach, ja, der brennt einfach für alles, was er tut. Und das ist so cool. Und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren. Und jetzt sitze ich hier und freue mich total auf mein Abendessen. Ich hatte überlegt, zwischen Sommerrollen oder, weil ich das schon recht lange nicht mehr gegessen habe, Bratkartoffeln. Aber ich glaube, jetzt gibt es wohl doch relativ viel Lachs. Ich möchte ja nicht, dass der mir schlecht wird. Ja, und von daher genieße ich das noch und denke nicht darüber nach, dass ich doch eigentlich für immer hierbleiben könnte. Ich habe doch hier eigentlich alles, was ich brauche. Sondern ich genieße einfach den Moment. Und ich hoffe, das tust du auch. Denn letzten Endes ist das Einzige, was uns bleibt im Leben. Den Moment zu genießen. Leider ist es immer wieder so schwer. Aber in diesem Sinne, genieße genau jetzt. Weil jetzt is all you have. Liebe Grüße, deine Gina. PS, ich war gerade am Abschweichern. Da habe ich es gehört. Gina, hola guapa. Und dann steht mein Vermieter am Zaun und fragt mich, welche Eissorte ich denn gerne haben würde. Und er hat mir dann drei Eisbecher hingestellt. Und ja, dann habe ich Eis bekommen. Ey, mega netter Typ einfach. Ich habe gegen ein paar Messieriegel getauscht. Also wir versorgen uns immer gegenseitig mit irgendwelchen Leckereien. Das ist schon cool. Okay, jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Nachmittag. Und ja, versorg dich auch mit irgendwelchen Sachen, die du gerne magst.